Ansonsten mache ich halt so Skate for Fun, also sprich einfach mal die Welt so ein bisschen erkunden und rum und rum skaten und was weiß ich noch alles. So, jetzt schauen wir mal die Ziele an. Für den Schrimpsverkäufer. Okay. Der ist dronend am Strand, oder? Hm. Wie geht? Ähm, ja, ähm. Hallo? Hallo? Schrimpsverkäufer. Wo ist denn der? Mann. Da, da ist er. Hey, nicht wegkennen, nicht wegkennen. So, dann. Heißkorn, Spielautomat, genau. Das kann ich jetzt nicht. 15,30 Punkte. Dürfte eigentlich zu schaffen sein. Au. Ja, genau. Lass dich erst mal von dem Auto rumhauen. Ja, jetzt, uff, komm, steh auf. Hail the Philosopher's Stone. Ja, ich hab's mal wieder mit meinem Philosophenstein. Schlampe, genannt so. Hier. Und wir klatschen einmal gründlich gegen die Hauswand. Und nun haben wir es nun verschissen. Ja, was gibt es noch zu tun? Warum reime ich so einen wilden Tyschlands nur daher? Ja, ich hab einfach keine Ahnung. Und nun zeig das hier nicht. Nein, das hat jetzt eher nicht, das ist zwar nicht gereinnt, aber... Das ist ein ganz tolles Lied von... Wow, 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 wow. Okay. Okay. Jawohl. Okay, ja. Ja, na klar, wir sind jetzt bei Level 4. Cool. Okay. Zack, zack. Au. Okay, Ziele ansehen. Überraschungskost und Dolm... Ach ja, okay. Die mach ich noch und dann... Schauen wir mal weiter. Ja, also ich denk mal, dass ich... Ähm... Ja, was muss man hier jetzt sagen? Genau, das sind wir damit zusammen. Genau, jetzt kann ich ja den Überraschungskost nicht finden. Oh, oh, oh. Okay. Auf mit dir. Ja, das schwimmt ruhig. Was ist denn mal los? Trittich war die 4, 3, 2, 1. Aufgepasst! Und... Und... Naja, wach ich so wenigstens. 250 Punkte. Ein Viertel der Punkte haben wir schon mal erreicht. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Profiziele an. Und dann noch die Gast- und die Geheimen. Mike Meade, komm her. Absprung ohne Fallschirm. Oh, das war heftig. Schatzsucher Hank, das ist einfach. Sauber- und Doppelflip mit Fokus. Ja, genau. Und Team-Challenge. Alle lieben für die Rampen. Ball aus ist alles. Ähm, ja. Überschreiten, ja. Okay. Okay. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wechseln. Nichts-Kitchen. Das will ich nicht. Ja, warum qualm ich? Hallo, ich will wissen, warum ich qualme. Ball aus ist alles. Das wird jetzt was. Gas geben, Gas geben. Up on manual. Ja, 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 ja. Genau. So ist es könnte. Up and over manual. Au. Ich brauche erstmal viel Punkte. Warum qualm ich? Hallo, hallo. Haa. Nächstes Keyboard. Ja, das ist jetzt schon das dritte Keyboard, das ich jetzt, äh, das zweite oder das dritte Keyboard, das ich jetzt schon zusammenlebt habe. Oh, man. Ja, jetzt kommt. Oh, man. Ja, jetzt kommt. Boah, du sollst, doch, komm. Zack. So. Boah, du. Das ist doch nicht zu dumm. Stupid boy. Boah. So. So. Up. Up. Warum? Ja, ich könnte mich gerade wirklich so wie der, äh, wie mein Skateboard-Facher hier aufregen. Und warum springst du nicht richtig? Jetzt erst mal schön geschwinkt. Boah. Boah, du Biest, doch zu dumm. Komm, hopp. Boah, du Biest, doch zu blöd zum Scheißen. Jetzt komm. Ja, ich muss den Bonus und dann sofort doppelt schlippen. Oder was? Oh. Ziele einzeln. Profi. Was? Ein Zauberer 100. Oh Gott, das Willen. Jesus Christus, da, ihr könnt mich mal am Arschlecken. Wie soll ich denn das schaffen? Double Kickflick mit Profis und 980 Kartregen. Das war richtig schön. Das ist die Stringigkeit. Mal. So. Boah, das ist das kein Triple Kickflick machen, das ist das nur ein Doppel Kickflick machen. Alter, Schwede, ich glaub's nicht. Du sollst auch kein Board Slide machen. Du sollst ein Double Kickflick über die Scheiß zwei Autos mit Fokus machen. Möglichst deinen Zauberen. Jesus Christus. Nee, oder? Und warum? Boah, Mann. Boah, Mann. Ja, ich mach jetzt schon mit meinem Kopf Skippo kaputt. Total logisch. Stimmt's oder haben wir recht? Das ist mein anderes Ziel. Diese scheiß Fokus-Sache regt mich schon wieder auf. Ich will keine Fokus-Ziele mehr haben. Verdammt nochmal. Und warum rauch ich immer noch? Wo ist die Scheiß-Liter? Wo ist die Scheiß-Liter? Ja, da ist die Leiter. Alles klar. Freunde der Nacht. Alles klar. Vielen Dank.